Herzlich willkommen zu diesem kleinen Video über Betriebsratsschulungen. Dass du dir jetzt gerade dieses Video anschaust, bedeutet mit Sicherheit, du bist gewählt zum Betriebsratsmitglied. Daher an allererster Stelle meinerseits Gratulation zu diesem Amt mit wirklich spannenden Herausforderungen. Woher ich das weiß? Weil auch ich aus der Praxis komme. Als ehemalige stellvertretende Personalratsvorsitzende einer großen Klinik und auch als Gesamtpersonalrätin des großen Verbundes, weiß ich durchaus, was es bedeutet, diese Rolle auszufüllen. Mein Name ist Christina Hunke, mittlerweile selbstständig als Coach und als Trainerin. Und als Trainerin freue ich mich, Betriebsräte in den Schulungen begleiten zu dürfen. Denn eine Ausbildung zu diesem Amt gibt es nun mal nicht, aber es gibt wunderbare Seminare dafür. Denn ich bin überzeugt davon, dass eine aktive Interessensvertretung im Betrieb zum guten Miteinander und zu guten Arbeitsbedingungen beiträgt. Und genau das macht auch die Seminare des DGB Bildungswerk NRWs aus. Denn sie sind aus der Praxis für die Praxis, für euch. Sie sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer orientiert, also auf eurer Seite und handlungsorientiert. Und sie bieten einen guten Austausch mit anderen Betriebsräten. Und das ermöglicht einen Blick auf Best-Practice-Beispiele aus der Praxis, die auch dir als Betriebsrat in deiner Arbeit helfen können. Inhalte der Seminare sind zum Beispiel, welche Aufgaben hat denn der Betriebsrat? Aber auch, welche Rechte hat denn der Betriebsrat? Also welche Rechte hat das einzelne Betriebsratsmitglied und welche Rechte hat das Gremium? Was für eine Rolle nimmt der Betriebsrat und das einzelne Mitglied denn ein? Und wie wird der Betriebsrat beteiligt auch im Betrieb? Und wie sind die Kompetenzen gegenüber dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin? Eins möchte ich dir jetzt schon mitgeben und zwar hast du als Betriebsratsmitglied Anrecht auf diese Seminare nach § 37 Absatz 6 Betriebsverfassungsgesetz. Also Beschluss fassen mit dem Gremium und go for it! Und vielleicht treffen auch wir uns persönlich auf einem der Seminare. Ich darf auf jeden Fall schon mal viel Erfolg für deine Arbeit als Betriebsrat wünschen. Und hast du weitere Fragen zu den Seminaren, wende dich gerne an die Kolleginnen und Kollegen des DGB Bildungswerk NRWs.